Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Haram Stufe Rot Box von Hannibal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Haram Stufe Rot aus dem Jahr 2016. Es ist das zweite Album von Hannibal. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine hellgraue Box, Aslax präsentiert, lesen wir hier oben. Hannibal, Haram Stufe Rot. Und dann haben wir hier diverse Szenen, bei denen Haram bzw. Alarm Stufe Rot herrscht. Also wir haben hier einmal ein Drehlicht, in dem Fall in Rot gehalten. Dann haben wir hier einmal einen Typen, der gerade eine Bank dürfte sein, überfallen dürfte. Dann haben wir hier Geld im Austausch gegen andere Sachen, wahrscheinlich wohl Drogen. Und hier sehen wir noch, wie gerade zwei Typen einen zusammentreten. Also diese drei Szenen, bzw. mit dem hier vier Szenen, die auf jeden Fall Haram oder Alarm Stufe Rot bedeuten. Gut, das Ganze ist hier rundherum hellgrau. Hier lesen wir nochmal Aslax präsentiert, Hannibal, Haram Stufe Rot. Auf der linken Seite ebenso. Und auf der Rückseite lesen wir auch nochmal Interpret und Albumtitel und Credits und Barcode. Es ist eine reguläre Klappbox, bedeutet wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Schlüsselanhänger noch verpackt. Ein Shirt. Dann ein Poster. Eins, zwei, drei Sticker. Vier Sticker, fünf Sticker. Eine Autogrammkarte. Einmal die Instrumentals zum Album. Und das Album an sich. Von ihnen die Box in Weiß. Hier haben wir noch so einen Einleger, wo das Album Platz gefunden hat. Dann machen wir die Box mal zu. Und nachdem ein paar Sachen hier noch eingepackt sind, werden wir diese mal aus dem Plastik holen. Zum einen mal das Shirt. Nummer eins. Und dann haben wir das Album. Das holen wir auch noch raus. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. Auch hier sehen wir die Szenen wie auch schon auf dem Boxcover. Wir haben hier einen Standard-Jewel-Case. Auf der Seite lesen wir Hannibal Haram Stufe Rot. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir noch eine Bonus-CD mit fünf weiteren Tracks. Also insgesamt 20 Tracks. Und wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Jelo und Abdi. Styles P. Also auch ein Army-Feature. Sehr schön. Also jede Menge Features. Credits und Barcode. Und hier haben wir dann noch so eine mehr oder weniger so eine Comic-Zeichnung von Hannibal. Hier so Rücken- bzw. Profilansicht. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommt mal das Booklet dran. So, Cover kennen wir. Dann haben wir hier einmal Hannibal abgebildet. Im roten Licht. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet. Inklusive der Informationen, wer diese produziert hat. Beziehungsweise wer daran beteiligt war. Das zieht sich so durch das Design. Dann haben wir hier weitere Aufnahmen von Hannibal. Mit einem schicken Rottweiler. Schöner Hund auf jeden Fall. Weitere Aufnahmen von Hannibal. Weitere Tracks aufgelistet. Und zum Abschluss auch noch die Bonus-CD. Und dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Schön gemacht. Klassisches Design eines Booklets. So, dann haben wir die CD. Und zwar haben wir hier in schwarz und rot die Skyline von Frankfurt abgebildet. Haram Stufe Rot CD1 lesen wir hier. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die CD2, die Bonus-CD. Und auf dieser haben wir nicht die Skyline von Frankfurt, sondern wieder diese Szene der zwei Typen, die hier den anderen gerade zusammentreten. CD2 Bonus-CD. Und hier nochmals Hannibal Haram Stufe Rot zu lesen. So. Dann haben wir natürlich noch die Instrumentals. Diese kommen in einer Papphülle, in einem Digi-Sleeve. Und zwar haben wir hier alle 20 Tracks. Also die 15 Tracks des Albums plus diese Bonus-Tracks, die fünf Stück. Allesamt hier als Instrumentals drauf. Auch hier wieder die Frankfurter Skyline zu sehen. So. Dann haben wir Sticker. Jede Menge Sticker. Und zwar haben wir einmal den Jamal-Sticker. Hannibal Haram Stufe Rot. Das Ganze in Rot und Weiß im Querformat. Dann diesen hier. Diesen Koala-Sticker. Dieser ist hier rauszulösen. Also dann jetzt noch quadratisch, aber wenn man ihn dann hier rauslöst. Rund. Kreisförmig. Genauso wie dieser. Jedenfalls kreisförmig. Haram Stufe Rot. Frankfurter Skyline. Dann die Szenen. Beziehungsweise das Box-Cover. Mit zwei weiteren Bildern. Und zwar haben wir hier einmal Polizei in voller Montur. Und dann haben wir hier nochmals die Frankfurter Skyline. Also mehr oder weniger ein erweitertes Cover. Mit diesen zwei Bildern hier extra. Und dann auchmals das Drehlicht. In diesem Fall in Rot gehalten. Hannibal Haram Stufe Rot. Dieses und dieses hier im Hochformat. Gut. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Sieht so aus. Hannibal. Das Foto kennen wir schon aus dem Booklet. Hier in einem... Ja, sieht aus wie ein Lift. Ja. Oh ja. Hier haben wir die Tasten. Und hier lesen wir H439. In goldener Schrift. Also mit goldem Stift unterschrieben. Und die Rückseite weiß. Dann kommen wir zu dem Schlüsselanhänger. Was lesen wir hier? Imported. Okay. Ja. Schauen wir mal hinein. Also Schlüsselanhänger kommt in so einer kleinen Pappfülle in so einer Verpackung. Ist dann hier nochmal in Folie. Und dann haben wir hier in Rot und Silber so eine kleine Taschenlampe. Also ist wahrscheinlich jetzt noch blockiert bei den Batterien. Also vier Batterien. Das ist echt eine Menge. Und die sind hier in so einer kleinen Plastikhülle. Damit die sich natürlich nicht entladen. Bevor sie bei euch ankommen. So. Ups. Dann schauen wir mal kurz. Ob wir die hier rausbekommen. Gar nicht so einfach. Wir schneiden dieses Plastik einfach mal auf. Aber jetzt kommen die Batterien raus. Stück für Stück. Wenn sich eine gerade auf den Boden verabschiedet hat. So. Und dann haben wir hier vorne so ein goldenes Draht. Der dürfte wohl den Kontakt dann darstellen. Dann schauen wir mal was jetzt. Ob das funktioniert. Dreht sich hier mal um. So. Wenn wir die jetzt hier aufstapeln. Eins, zwei. Drei. Und vier. So. Dann schreiben wir das Ganze mal zu. Jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Das schaut eigentlich gut aus. Wir haben hier vier Batterien. Ich gehe mal stark davon aus, dass die in dieser Reihenfolge hier rein gehören. Und nicht umgekehrt. So. Einmal probieren wir es noch. Die Taschenlampe möchte nicht so ganz. Aber das hier. Das ist ja fest. Das lässt sich nicht rausnehmen. Einmal probiere ich es noch. Und zwar indem ich die Batterien einfach umdrehe. Und zwar machen wir es jetzt. Machen wir es jetzt mal genau umgekehrt mit den Batterien. Und jetzt haben wir es. Also. Funktioniert. So eine kleine Taschenlampe kann man dann mit diesem Ring hier natürlich am Schlüsselbund festmachen. Und bei Bedarf dann hier einschalten. Gut. Genug Zeit damit verschwendet. Dann haben wir ein Poster. Das alleine schon wegen dieser Taschenlampe ist das Unboxing schon zu lange. Also. Wir haben das Poster. Und zwar lesen wir hier oben wieder. Wie zu erwarten Hannibal Haram Stufe Rot. Dann haben wir hier wieder die einzelnen Szenen. Auch hier wieder die Polizei in Montour und die Frankfurter Skyline zusätzlich mit drauf. Hier unten noch die Credits zum Album. Und auf der Rückseite. Haben wir dann. Das Foto welches wir im Booklet hatten. Und zwar Hannibal hier im Querformat. So sieht das aus. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch ein Shirt. Und auch auf diesem Shirt haben wir wieder das Cover. Die Bilder des Covers abgebildet. Allerdings hier etwas weniger farbenfroh. Sondern hier wirklich nur oder fast nur in Schwarz, Rot und Weiß gehalten. Hannibal Haram Stufe Rot. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem, das sieht man auch sehr selten, Statman Classic Tee in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Allerdings steht jetzt hier nicht. Ah doch, hier haben wir noch einen Zettel. Und zwar haben wir es hier zu tun mit einem Statman. Ja, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Shirt dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Schriftzug Hannibal Haram Stufe Rot. Und darunter wieder diese einzelnen Elemente, die wir schon vom Cover kennen. Gefällt mir richtig gut. Alleine schon die Farbkombination Schwarz, Rot und Weiß. Meine absolute Lieblingskombination. Hier oben haben wir so einzelne Pünktchen. Es sieht vielleicht so aus, als wäre das T-Shirt ein bisschen dreckig. Allerdings sind das hier so Farbsprenkel, die dazugehören. Und rein vom Design her kann man das in meinen Augen gut anziehen. Gefällt mir richtig, richtig gut das Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses doppelseitige Poster, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Diese Autogrammkarte unterschrieben. Dann haben wir fünf Sticker an der Zahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle im Digi-Sleeve. Diese kleine Taschenlampe. Und natürlich das Album an sich inklusive der Bonus-CD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Haram Stufe Rot von Hannibal. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hannibal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.